Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von GoldenBodyPersonalTraining. Wie ihr seht, habe ich im Hintergrund TRX und ich musste feststellen, ich habe ein einziges TRX Video auf Facebook, äh auf Facebook, auf YouTube. Und das ist doch nicht möglich. Was habe ich die ganze Zeit gemacht? Was habe ich mir überlegt? Ich versorge euch jetzt mit einem neuen TRX Video mindestens eines. Das ist mir fast ein wenig nicht so recht. Und ja, ich hoffe ihr macht mit, ich hoffe ihr habt Spass dabei und wir legen gleich los. Wir machen 15 Wiederholungen pro Übung und es sind 10 Übungen. Ich habe gesehen, das letzte Video war ein Unterkörperworkout. Und aufgrund von dem machen wir jetzt ein Oberkörper, Bauch, Rumpf, was auch immer, Workout. Und ich hoffe es gefällt euch. Also, lassen wir los! Die erste Übung, die wir zusammen machen, ist im Klang. Ich zeige euch gerade einmal eine Wiederholung. Wir gehen im Klang und gehen von da aus, vorne und wieder zurück. Wir machen 15 Wiederholungen und starten gerade jetzt. Los! Schön zurück! Schönen zurück! Full grad hin. Wir haben schon 8. Los! 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 Sehr gut! So! Bizeps mal warm. Wir gehen zu den nächsten Übung. Wir gehen. Wir gehen. wieder in die Plank. Diesmal mehr auf den Bauch. Und zwar zeige ich euch eine. Geht in die Plank-Position. Und kommen von da aus mit gestreckten Beinen. Durchauf. Und wieder durchab. Wenn das nicht geht, könnt ihr die Knie zur Brust ziehen. Das ist die einfache Variante. Gut! Los! Los! Nach ein Bedeutung! Los! 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 4. Und hier rechts. Gut. Es geht warm. Was ich am Anfang vergessen habe, ist, wenn 15 Wiederholungen zu viel sind, macht ihr einfach 10 oder 8 oder 12, spielt absolut keine Rolle. Irgendwann arbeitet ihr auch 15. Gut. Wir gehen zu der nächsten. Und zwar eine 3-10-Zübung. Wir gehen vom Plank in die Liegestützposition. Und ich fahre auch in diese Hölle. Ich weiss nicht, ob ihr 15 Stück arbeitet an mir probiert. Gut. Ich empfehle euch flache Hände zu machen. Und ich komme von hier aus nacheinander. Ich komme mit beiden Hände nacheinander. Ich möchte wahrscheinlich schauen, dass ihr einmal mit dem linken Arm zuerst hochkommt. Und bei der nächsten Wiederholung mit dem rechten. Dadurch haben wir beide Arme schön vorruft. Gut. Gut. Also. Wir starten. Die nächsten 15 Wiederholungen. Startposition. Und zusammenhaben. Einen am anderen. Die ist so wichtig. Wow. Du bist so wichtig. Die ganze Zeige. Und du bist so wichtig. Ich habe auch die Hände nachsien. Da sind wir noch in der Hände zu machen. Ich habe auch die Hände zu machen. Ich habe den Hände am November. Ich habe das Bindes zu machen. Das ist sehr schön. Ich habe das Bindes dem, wunderschömmen. Und dann rutscht alles. Machen wir fertig. Sorry, das wäre am Ende fertig. So, fertig. Weiter gehts. 7 Hände. 10 Oh mein Gott! Was ist das? Was soll das? 5 Und dann wieder. Und wieder. Jetzt ist das wieder schön. Das ist der Beste war. 30 2 0 3 Läschi! Gott! Das war nicht korrekt. Die ersten drei, vier können so machen, wenn ich es gemacht habe. Der Rest war die Form wirklich verschissen. Es gibt Übungen, in denen man die Form nicht schädigen muss. Solange es nicht die Gesundheit zu schädigen ist, ist es okay. Irgendwie müssen wir es lernen. Und das ist der Prozess. Wir gehen zur nächsten Übung. Ich nehme wieder ein Messer. Und wir gehen zum seitlichen Bauch. Ihr könnt die Füße einhängen. Ein Fuss pro Schlaufe. Auch diese wird streng. Schaut, dass wir mit dem Ellbogen unter den Schultern sind. Alle sind in einer Geraden. Und wir kommen mit den Hüften, Hüften und runter. Spürt ihr es hier beim seitlichen Bauch. Ich würde euch auch empfehlen, die Hand hierher zu legen. Dass ihr wirklich Kopf und Muskeln in einer Bahn habt. Auf Englisch nennt man Mind-Muscle-Connection. Ich weiss gar nicht, wie es auf Deutsch heisst. Aber einfach, dass ihr mit dem Kopf wirklich bei diesen Muskeln seid. Also, 15 Wiederholungen. Los geht's! Wow! Du! Geh ja! So wie geht's da? Und ja, mit Schuhe-Connection. Noch zwei! Nein! Puh! Die Schulter ist schlimmer. Andere Seite. Es ist egal, wie ihr die Füsse habt. Eben den einen vor dem anderen oder umgekehrt. Macht es, wie ihr euch bequemt. Gut, die nächsten 12-15. Und los! Gut! Uuh. Und die anderen. Und die anderen. Nichts. Bet000 werden wir neces. Und die anderen. Es geht recht warm. Dann, für die nächste, bleiben wir gerade eingehängt. Matte darunter. So. Und zwar können wir es euch gemütlich machen. Wir machen Crunches. Je weiter vorne, dass ihr die Arme habt, desto einfacher. Ganz vorne auf die Brust, hinten umgestreckt. Wir probieren es gestreckt. Und wir kommen einfach darauf. Und zwar nur, bis die Schulterblätter sich halten. Gut. 15 Wiederholungen. Und geht um. Uhe, ausschnurren und wieder tief. Gut. 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 Und die Legge. Gut. Wir bleiben gerade dann. Nehmen jetzt die seitliche Bauchmuskulatur noch ein bisschen rein. Die beiden bleiben so ein bisschen sinft. Ich würde auch empfehlen, die Hände hinter die Ohren zu nehmen. Kommen jetzt ein bisschen höher hoch und drehen ab. Kommen wieder tief, hoch und abdrehen. Ich schlage eine Formel nach 16. Ich kann das gar nicht gerne, wenn man pro Seite nicht viel machen kann. Lassen wir losgehen in die Toren. Nun noch hoch und drehen. Und abdrehen. Tränen die Hand, Beine spornen. Beine lindelins durch. Beine lindelins durch. Und die nächste. Gut. Hu hu hu. Für die nächste. Nehmen wir den Ellbogen in einem Winkel. Zeigst euch zuerst von vorne. Die stehen eigentlich so da. Die kommen dann drauf. Ellbogen bleiben möglichst auf dieser Position. Also wir hängen da rein. Je mehr, dass ihr da reinhangen, desto strenger wird es natürlich. Wir hängen da rein. Und kommen von da aus. Durauf. Drei hängen. Durauf. Spüren? Tun sie ihr Schultern. Gut. Wir machen 15 Wiederholungen. Und los. Anziehen. Abziehen. Abziehen. Sehr gut. Www. Duas층. Komm ein. Duasistance. 我們 na systems sacre weh. Lasstum. O Desde. Duas 있거든요. Ich entsteierann. Da logar Blockchain. Duas. Nexem. Oh, das geht. Wenn du should. Gut. Für die nächste kehren wir uns um und gehen in die Trizeps. Wir stehen so hier und bewegen uns von der angewinkelten Position in die gestreckte Bewegung. Wir gehen tief und hoch. Spürt ihr es hier hinten im Trizeps, also unbedingt darauf achten, dass ihr mit dem Trizeps arbeitet und nicht einfach nur das Fügel hinten und vorne bewegt. Gehen in die Position und fangen an. Auch hier, je weiter hinten, dass ihr die Füsse habt, desto streng. Und los! Und los! Sehr schön! Laat! Auch hier! Ich liebe die Frage! Ich liebe die Frage! Ich liebe die Frage! Ich liebe die Frage! Und die letzte! Gut! Letzte Übung! Wir drehen uns nochmals zum Trizeps. Was wir jetzt machen, ist ein einfacher Bizeps Curl. Das heisst, wir nehmen die Trizeps in die Hand, wieder rein und ziehen euch von hier aus hinzuziehen. Wirklich! Mit dem Bizeps arbeiten. Hier. Und nicht auch wenn ihr einfach die Hüfte vorne schieben. Gut! Wir fahren wieder an. Vüften. Die Leise füften. Und los! Gut schieben. Gut schieben. Und los! Das ist ein ganzes Blumen. Gut! 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 Die letzten vier. Und die Länge. Uah! Sehr gut! Jetzt geschafft! Wow, das war wieder etwas. Schon streng. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe ihr habt mitgemacht. Und nicht nur zugeschaut. Und die Hand zittert. Merkt ihr es an? Wir haben vielleicht gar viel Arm trainiert. In der letzten Zeit. Aber hey. Es gibt schöne Arm. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Und tschüss! Äh, was?